Hallo und herzlich willkommen zum dritten Operator-Video von BO4. Der dritte Operator ist Crash. Ähnlich wie Thresh bei League of Legends oder Crash bei Arena of Valor oder oder oder, ist Crash ein Supporter. Crash hat als ultimative Fähigkeit eine Verbesserung der Lebenspunkte für das komplette Team und seine zweite Fähigkeit ist eine kleine Waffenbox, mit der man die Munition auffüllen kann. Unter anderem hilft diese aber auch, die Killstreaks schneller zu erreichen. Das heißt, ein Crash ist eine sehr, sehr hilfreiche Erweiterung für das Team und es wird empfohlen, in jedem Team immer einen Crash dabei zu haben. Crash ist nicht nur ein Rufzeichen, es ist eine Einstellung. Setz das Tag 5 ein, um Kameraden zu heilen und ihre maximale Gesundheit zu steigern. Das Sturmpaket füllt ihre Munition vollständig auf. Crash hat zusätzliche Gesundheit und Munition. So kriegst du immer ein Tate. Stopp, mein lieber Doc, stopp. Gesundheit und Munition sind top. Und das ist dein Job, Baby. Los geht's, Doc. Ausgesucht bei der Z-Markierung. Let's go, go. Das Tag 5, Triage-Aktivierungskit, heilt vollständig und erhöht die maximale Gesundheit. Ideal bei einem Kater. Okay, Feinde nähern sich. Halt durch und wer sie ab. Wie die Ameisen kommen sie her. Jetzt, jetzt tritt ihnen in den Arsch. Es ist immer ein guter Zeitpunkt, die Munition zu prüfen. Jetzt zum Beispiel. Denk dran, halb voll heißt fast leer. Du musst den Scheiß immer aufstocken. Setz das Sturmpaket ein. Dein Team hat wenig Munition? Glaub mir, die lieben das Sturmpaket. Mit der goldenen Munition verdienst du schneller Serien und kriegst mehr Punkte. Das ist das Entscheidende. Das wurde nämlich im Unterhof vergessen. Die... ...Fieldserien. Erreichen wir schneller, indem wir mehr Punkte mit der besseren Munition bekommen. Sieh. Behalte Gesundheit und Munition im Auge. Sorg dafür, dass dein Trupp immer versorgt ist. Das ist dein Job. Die Sprechzeiten sind vorbei, ihr Arschkrampfen. Dr. Tod verteilt jetzt Bleifeln. Gute Arbeit da. Aber werd nicht übermütig. Die halten sich so hartnäckig wie ein Bacon-Burrito. Jetzt komm schon, Dr. Alles wird gut. Pack es an. Geh zu dem Gebäude und setz deine Marke. Hinterhalt! Charlie macht keinen Scheiß. Er kommt hart. Und deine Jungs sehen einen Dreck. Atme durch und aktivier das Takt. Es heilt alle Verbrennungen und lindert Erschütterungseffekte. Ein Hinterhalt für den Hinterhalt. Der Mann, Rache. Frisch gepresst. Nicht dieses Scheiß-Konzentrat. Sieht so aus, als hätten Spanky und seine Gang einen fiesen Kriecher. Einen Mantis. Verrückt. Zeit für eine Punkteserie. Wenn du irgendwas tötest, bekommst du Punkte. Ist nichts Neues. Aber wenn du Crash bist, bekommst du Punkte für allen möglichen Scheiß. Wenn du zum Beispiel dein Team heilst. Oder wenn du das Sturmpaket einsetzt. Boom! Und das heißeste überhaupt. Goldene Munition, Baby. Und denk dran. Erreicht das Punkt. Denn wenn du stirbst, kannst du da bei Null los. Und das heißt, wir brauchen hier keinen Angeber-Käfer-Abwurf. Also, geht doch. Hallöchen. Go, 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 go. Okay. Das hier ist eine Käferjagd. Auch auf jede Mane drauf, die nicht zu dir gehört. Ich liebe deine Arbeit, Mann. Ich liebe sie einfach. Du kommst auf das Cover des nächsten Jagd- und Boom-Heads, Baby. Ha. Jetzt mal im Ernst. Keiner im Team ist so wertvoll wie du. Aber denk dran, dich selbst zu heilen. Wenn du nicht recht hast, hat niemand. Die Drohne-Tropp-Missionen-Zeit verstrichen. Aber entspann dich. Ich kümmer mich drunter. All in. Sieh hin und weine. Wichser. Hoffentlich hast du mein Geld, du Mist gebohrt. Bin pleite. Hab's versaut? Ja. Dann koste dich deine letzte Hand alles. Zurück, verdammt. Er lebt oder du stirbst. Wir gehen spazieren. Du solltest ihn festhalten. Das war gut heute, Kleiner. Hier ist ein Zeichen meiner Anerkennung. Lass mich dir einen nett gemeinten Rat geben. Weniger Poker, mehr OPs. Meine OPs. Das war, alle 53 53. Wir gehen zum Inseten. Ja, bis zum Inseten. Ich bin normal.